um die histogramme links einzustellen von einem wochenregime anschauen könnt ihr die daten in excel tabelle level klassifizieren sich in erst wir erinnern uns daran je weniger time frame wie wir die richtung der trends bestimmen lasst uns zum beispiel das so oder absagen reicht euch aus wenn wir einen großteil ankäufen oder es bringt nicht lange zu warten gleich